Alle Nomen Niveau A1 mit dem Artikel DER mit Beispielsätzen, Lektion 3. DER Kontoauszug DER Kontoauszug Ich überprüfe regelmäßig meinen Kontoauszug. DER Geldautomat DER Geldautomat Ich hebe Geld am Geldautomaten ab. Ich hebe Geld am Geldautomaten ab. DER Hausarzt DER Hausarzt Bei gesundheitlichen Problemen wende ich mich zuerst an meinen Hausarzt. Bei gesundheitlichen Problemen wende ich mich zuerst an meinen Hausarzt. Der Augenarzt Der Augenarzt verschreibt mir eine neue Brille. Der Augenarzt verschreibt mir eine neue Brille. DER Arm Ich habe mir den Arm gebrochen und muss einen Gips tragen. Ich habe mir den Arm gebrochen und muss einen Gips tragen. DER Bauch Nach dem Essen habe ich oft ein volles Gefühl im Bauch. Nach dem Essen habe ich oft ein volles Gefühl im Bauch. DER Fuß DER Fuß Beim Wandern trage ich bequeme Schuhe für meine Füße. Beim Wandern trage ich bequeme Schuhe für meine Füße. DER HALS DER HALS Mein Hals tut weh. DER Kopf DER Kopf DER Kopf Ich trage einen Hut, um meinen Kopf vor der Sonne zu schützen. Ich trage einen Hut, um meinen Kopf vor der Sonne zu schützen. DER RÜCKEN Der RÜCKEN Der RÜCKEN Nach einem langen Tag habe ich oft Rückenschmerzen. Nach einem langen Tag habe ich oft Rückenschmerzen. DER Mund DER Mund Mit dem Mund sprechen wir und nehmen Nahrung auf. Mit dem Mund sprechen wir und nehmen Nahrung auf. DER ZAHN Ich putze meine Zähne zweimal am Tag. Ich putze meine Zähne zweimal am Tag. Ich putze meine Zähne zweimal am Tag. Der Schnupfen Ich habe Schnupfen Ich habe Schnupfen Der Husten Der Husten kann ein Symptom für eine Erkältung sein. Der Husten kann ein Symptom für eine Erkältung sein. Der Arbeitgeber Der Arbeitgeber Mein Arbeitgeber ist ein großes Unternehmen. Mein Arbeitgeber ist ein großes Unternehmen. Der Notruf Der Notruf Der Notruf Im Notfall sollte man den Notruf anrufen. Der Notarzt Der Notarzt Der Notarzt Der Notarzt Der Notarzt ist speziell für Notfälle ausgebildet. Der Notarzt ist speziell für Notfälle ausgebildet. Der Notarzt Der Notarzt ist speziell für Notfälle ausgebildet. Der Bus fährt regelmäßig und hält an verschiedenen Haltestellen. Der Bus fährt regelmäßig und hält an verschiedenen Haltestellen. Der Zug fährt um 9 Uhr ab. Der Kindergarten Mein Sohn geht in den Kindergarten. Der Hauptbahnhof Am Hauptbahnhof treffen sich viele Zugverbindungen. Der Bahnhof Der Flughafen Der Flughafen hat Geschäfte, Restaurants und Abflugterminals. Der Parkplatz Der Parkplatz ist kostenpflichtig. Der Flughafen ist kostenpflichtig. Der Fluss Der Fluss ist ein natürlicher Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen. Der Baum Der Baum hat viele grüne Blätter. Der Baum hat viele grüne Blätter. Der Spielplatz Die Kinder spielen auf dem Spielplatz. Der Park Der Park Ich gehe gerne im Park spazieren. Ich gehe gerne im Park spazieren. Der Parkplatz Der Führerschein Der Führerschein Um ein Auto zu fahren, benötigt man einen Führerschein. Der Verkehr Der Verkehr wird durch Ampeln und Verkehrsregeln geregelt. Der Verkehr wird durch Ampeln und Verkehrsregeln geregelt. Der Erwachsene Der Erwachsene Mit 18 Jahren gilt man als Erwachsener. Mit 18 Jahren gilt man als Erwachsener. Der Jugendliche Der Jugendliche geht noch zur Schule. Der Autoschlüssel Der Autoschlüssel Bevor ich mein Auto starten kann, brauche ich den Autoschlüssel. Bevor ich mein Auto starten kann, brauche ich den Autoschlüssel. Der Ort Der Ort Der Ort hat eine schöne Aussicht auf die Berge. Der Ort hat eine schöne Aussicht auf die Berge. Der Vermieter Mein Vermieter ist sehr hilfsbereit. Mein Vermieter ist sehr hilfsbereit. Der Geburtsort Der Geburtsort Mein Geburtsort ist Berlin. Berlin Mein Geburtsort ist Berlin. Der Familienstand Mein Familienstand ist verheiratet. Mein Familienstand ist verheiratet. Der Mietvertrag 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 Vielen Dank.